Vor fünf Jahren und vier Monaten habe ich meinen Sohn verloren. Sein Name war Markus. Es muss doch da draußen jemanden geben, der einen Verdacht hat. Aber ich will wissen, wer Markus getötet hat. Luise Bergstein? Ja. Dürfte ich ein paar Fragen zu den Opfern stellen? Sie sind davon ausgegangen, dass es der gleiche Täter war? Ja. Wir sind nicht näher dran als vor drei Wochen. Oder vor drei Jahren. Bedeutet das jetzt, dass unser Profil falsch ist? Ich denke, dass der Täter höchstwahrscheinlich eine übersteigerte und überzogene Wut auf seine Opfer hatte. Ich denke schon, dass er eine gewisse soziale Kompetenz hat. Er hat Familie, Arbeit. Das Wichtigste ist Kontrolle, Dominanz. Und vielleicht will er seine Opfer auch bestrafen. Nachts fällt er manchmal los, mein Vater. Und dann ist er mehrere Stunden weg. Er ist mein Kind, Peter. Du bist diejenige, die ihn verlassen hat. Nein. Ich habe dich verlassen. Also hat das Motiv nichts mit Sex zu tun? Das ist Rache. Also er bestraft sie, weil sie besser sind als er? Die werden ihn doch nie finden. Wenn sie die Gelegenheit hätte... ...würden sie ihn dann umbringen? ... ... ... ... ... ... ...